Es ist Mittwoch, es ist Challenge Time, Challenge WBS. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wille Paul Solmecke. Wenn ich so schnell spreche, dann wisst ihr, wir haben mal wieder Mittwoch-Challenge-Zeit. Ich habe nur drei Minuten Zeit, um so viele Fragen wie möglich für euch zu beantworten. Und die Zeit, die läuft ab jetzt. Erste Frage. Darf ich mir den Einkaufswagen von jemand anderem nehmen und die Sachen selbst kaufen? Nein, da würde ich als erstes auf die Idee kommen, ist ja schon schwierig, weil da am meisten Euro drin steckt. Und das geht natürlich nicht, wenn du diesen Euro entwenden willst. Ansonsten, tja, möchte das natürlich der Supermarktinhaber nicht. Der könnte euch das verbieten. Er hat immerhin noch das Hausrecht und kann, bis der Eigentumsübergang wirklich stattfindet, sagen, was mit den Sachen passieren soll und wem er die Sachen verkaufen möchte. Also der könnte was sagen. Wenn ihr den Leuten was mitnehmt, könnte ich es nur über den Inhaber, den Wareninhaber, dann entsprechend auch klären lassen, den Eigentümer. Darf ich öffentlich kundtun, dass ich Demokratie und das Grundgesetz verabscheue? Das ist die gute Frage. Ist das noch freie Meinungsäußerung oder ist das schon etwas, was an den Grundfesten unserer Demokratie entsprechend wackelt? Meines Erachtens fällt das noch unter freie Meinungsäußerung und du kannst ja sagen, was dir gefällt oder nicht gefällt. Ich meine, du darfst das tun. Nächste Frage. Die Abkürzung. Prof ist ja allgemein bekannt als Professor. Darf ich als professioneller Webentwickler auf meinen Visitenkarten und Internetseiten die Abkürzung prof.web. vor meinen Namen verwenden? Prof.web. Prof ist ja allgemein. Super geil, Leute. Geht nicht. Wir dürfen da auch irgendwas mit, ein Titel ist es ja nicht, ist eine Berufsbezeichnung, aber Missbrauch von Berufsbezeichnung sein. Also geht nicht. Ist es erlaubt, wenn mein Spielpartner, mit dem ich über TeamSpeak Discord rede, sein Spiel inklusive der Unterhaltung streamt, ohne dass ich davon weiß? Ich meine, so eine ähnliche Frage hatten wir schon mal. Nee, funktioniert nicht. Nicht, denn das ist sogar eine schlimme Straft hat möglicherweise. Öffentliche Zugang nichtmachung oder Mitschnitt des nicht öffentlich gesprochenen Wortes, weil er nicht öffentlich ist. Er schneit das mit durch das Stream. Ja, also wird schon ein Mitschnitt sein. Ist auf keinen Fall erlaubt. Müsste auch eine Persönlichkeitsrechtsverletzung darstellen. Darf man mit einer Dresine am öffentlichen Schienenverkehr teilnehmen? Ah, jetzt habt ihr mich erwischt. Was ist denn nochmal eine Dresine? D-R-A-I-S-I-N-E. Dresine. Ich weiß es leider nicht. Ich habe es schon mal gehört, das Wort kann es leider nicht zuordnen. Peinlich, peinlich wahrscheinlich. Darf ein LKW-Fahrer während seiner Pausen einen LKW-Simulator spielen? Verstößt das gegen die Lenkzeit? Der soll sich ausruhen und nicht nur während seiner Pausen fahren. Aber wenn ihn das entspannt, dann bitteschön natürlich darf ein LKW-Fahrer den LKW-Simulator während der Pausen führen. Das ist ja wohl klar. Oh, eine schaffe ich bestimmt noch. Wer trägt die Verantwortung am? Na doch, komm, das geht noch, oder? Teil mal zu Ende. Wer trägt die Verantwortung am Sachschaden oder womöglich einem Autounfall, wenn ein Fußballer den Ball während eines Spiels über das Sicherheitsnetz schießt und dabei ein Auto trifft? Unabsichtlich versteht es sich. Tja, der Fußballer. Das ist bei Golfen ja genau das Gleiche. Deswegen schließt man normal so eine Versicherung ab über den Golfplatzbetreiber. Also da weiß ich das nur, dass man da eben versichert ist über den Golfplatzbetreiber. Und hier würde ich sagen, dass der Fußballer selbst ist, der ja dann drüber geschossen hat und damit den Autofahrer entsprechend gefährdet hat. Wäre jedenfalls meine Lösung des Falles. Und es wird eine Versicherung oftmals geben vom Veranstalter, der das Fußballspiel zum Beispiel veranstaltet hat. Ansonsten muss man eben aufpassen, dass man nicht zu hoch tritt und dabei andere möglicherweise gefährdet. So jedenfalls meine erste Einschätzung. Sofern das in so einer Challenge immer aus dem Lameng möglich ist. Zwei, vier, sechs, sieben Fragen habe ich behandelt, sechs beantwortet. Das ist schon ganz in Ordnung. Ich wünsche euch einen tollen Mittwochabend. Wir sehen uns hier morgen schon wieder. Bis dahin habe ich das hier noch für euch ein Angebot. Könnt ihr euch auch noch reinziehen. Tschüss. Tollen Abend noch. Bis dahin.